Musik Wenn Sie, verehrte Damen und Herren, von einem jungen Dichter hören, der einen Brief an seinen Verleger mit den Worten schließt, ich selbst spreche nicht ins Telefon, wenn Sie aber telefonisch antworten, so kann ja der Portier die Antwort für mich annehmen. Wenn Sie solche Sätze hören oder lesen, dann denken Sie, so ganz bei Trost kann dieser Kerl nicht sein. Oder Sie denken neidvoll, so eine Stärke hätte mein Ich auch gerne, vielleicht nicht immer, doch in den entscheidenden Momenten. Vielleicht denken Sie auch, ein Dichter muss so etwas dürfen. Rainer Maria Rilke, meine Damen und Herren, der die Passage schrieb, aus der ich gerade zitiert habe, sie stammt aus einem Brief an den Verleger des hochberühmten Inselverlags, an Anton Kippenberg. Rainer Maria Rilke fand, dass ein Dichter, ein wahrer Künstler, durchaus das Recht, ja die Verpflichtung hatte, die Normen seines eigenen Handelns und Auftretens zu bestimmen. Einmal, weil auch die Existenzform des Künstlers Kunst war, Ausdruck und Prägung. Zum Zweiten, weil sich dem Anspruch der Kunst alle anderen Forderungen, insbesondere die Forderungen nach der Einhaltung gesellschaftlicher Konventionen, unterzuorten hatten. Das Prätentiöse und das Präziöse findet man da manchmal eng beieinander. Aber auch das liegt in der Natur der Sache. Zumal im Falle Rilkes des Großmeisters der Lyrik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eines Mannes, der einmal über sich den Dichter schrieb, seine Kraft beruhe schließlich darauf, niemandes Sohn mehr zu sein. Und im Übrigen, lassen Sie mich das schnell hinzufügen, meine Damen und Herren, im Übrigen hatte Rainer Maria Rilke tadellose Manieren. Diese Wendung von der Kraft, die daraus erwächst, niemandes Sohn zu sein, finden wir in dem Roman die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, der 1910 erschien. Rilke war damals 35 und seit ein paar Jahren schon berühmt als Lyriker, als der Dichter der Weise von Liebe und Tod des Kornetz Christoph Rilke und noch ein paar andere Titel, auf die er später eher missbilligend herabblicken wird. Auf die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge kommen wir gleich noch ausführlicher zu sprechen. Lassen Sie mich an dieser Stelle, meine Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf jenen Ausdruck, niemandes Sohn zu sein, lenken. Den Traum, dass der eigentliche Vater nicht der wahre ist, das vielmehr in Wirklichkeit ein ganz anderer, selbstredend ein viel größerer, womöglich höher geborener, der wahre, wenn auch heimlicher Erzeuger ist. Diesen Traum hegen viele Kinder. Selbst Goethe, der sich über seine Herkunft ja so recht nicht beklagen konnte, selbst Goethe hing ihm lange nach. Im Fall des jungen Rilke, aber war die Sehnsucht nach einer quasi unbefleckten Empfängnis ganz besonders ausgeprägt, weil sein fäscher österreichischer Papa nicht nur eine sehr klägliche, man kann schon sagen, bescheiterte Militärkarriere hingelegt hatte. Irgendwann landete er in Prag als Inspektor der Eisenbahnverwaltung. Und was noch schlimmer war, die Mama, Tochter aus großbürgerlichem Hause, machte auch nie einen Hehl daraus, dass sie eine Messalliance eingegangen war. Dass ihr Lebensplan am Unvermögen, an der Schwäche ihres Gatten gescheitert war. Zu ihrem Unglück gehörte auch noch, dass die erste Tochter ein Jahr nach ihrer Geburt gestorben war. Mit dem kleinen René, wie Rainer Maria damals gerufen wurde. Dieser Name René soll für das französische Wort wiedergebucht stehen. Dem Jungen galt somit alle Hinwendung, galt alle Zärtlichkeit der Mutter verbunden. Das dürfen wir uns vorstellen mit all den Spannungen, die eine so komplexe Elternbeziehung heraufbeschwören musste. Man muss kein Fundamentalist der Seelenlehre von Sigmund Freud sein, um hier nicht frühes Unheil zu vermuten. Es wird nun dieses von der Mutter saugsam vor all den Widrigkeiten einer ungerechten Welt abgeschirmte Kind, das lange nur in Mädchenkleidung herumspazieren durfte, mit zehn Jahren ausgerechnet auf eine Militärschule geschickt. Damit es nach den entsprechenden Prüfungen in jenem Beruf glänzen könne, in dem der Vater so jämmerlich gescheitert war. Rainer Maria besteht die ersten Prüfungen, wechselt dann aber auf eine Handelsschule, wird wegen einer Liebschaft von dieser Schule gewiesen und landet wieder bei den Eltern in Prag. Später studiert er erst in der Heimatstadt, dann in München. Er belegt verschiedene Fächer, die alle auszeichnet, dass sie mit dem Militär und mit dem Handelswesen nur im Allerentferntesten zu tun haben. Kunstgeschichte zum Beispiel und Literatur. Aber das Studium verschafft Rilke keinen Halt, setzt ihm kein Ziel, beklemmt seinen Drang nach Unabhängigkeit. Also beschließt er, Dichter zu werden. Nichts lag näher. Eine von Rilkes ersten großen Lieden war nun, die Geschichte kann bisweilen auf Ironie nicht verzichten, die Tochter eines Generals, allerdings eines russischen Generals, die um 14 Jahre ältere Luisa Gustavovna, kurz Lu, Lu Andreas Salome. Diese Lu Andreas Salome gilt mit traurigem Recht als eine der am meisten unterschätzten weiblichen, intellektuellen und künstlerischen Energieträger jener Jahrzehnte um die Wende vom 19. auf das 20. Jahrhundert. Sie hat in der Schweiz Theologie studiert. Friedrich Nietzsche, den Kopf verdreht oder zurechtgerückt, ganz wie Sie wollen, hatte einen der bedeutendsten Orientalisten der Zeit geheiratet, den aus Batavia gebürtigen Friedrich Karl Andreas. Andreas hatte sehr früh die Bedeutung der Psychoanalyse und der Forschung von Sigmund Freud erkannt, hatte, 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 aber das führt uns jetzt in einen anderen Lebenslauf. Für den Helden unserer heutigen Sendung, für Rainer Maria Rilke, ist diese Frau aus mehreren Gründen wichtig. Lu Andreas Salome versteht es Rilke, einen neuen Begriff von sich selbst und von seinen Werken zu geben. In den Gedichten, die er zuvor veröffentlicht hatte, waren die kronengoldenen Locken, die sich mit flüchtigen Federflockenpaarten ein wenig zu hübsch, zu beliebig, sagen wir, zu niedlich vorbeigerauscht. Oft so, als hätten Dekorationsmaler mit ihrer Putten plötzlich das Kommando übernommen. Lu Andreas Salome lehrte ihn nun, seinen Blick und den dichterischen Ausdruck zu konzentrieren. Sie schärfte sein Verständnis für die Philosophie von Friedrich Nietzsche und auch für den von Nietzsche propagierten Typus des engagierten Künstlers, der immer auch ein unversöhnlicher Kritiker, ein Analytiker des Seins ist. Sie entwirft ihm eine Art Faustskizze der wichtigen und auch der unwichtigen Gedanken. Und das macht sie auch noch, als ihre Liebesbeziehung schon längst beendet ist. Zweite Bedeutung von Lu Andreas Salome für Rilke liegt wohl darin, dass sie ihn bestärkte, Künstler zu sein. Sie stellt ihn in Berlin dem großen Stefan George vor. Auf einer ihrer beiden gemeinsamen Russlandreisen bringt sie ihn mit Tolstoi zusammen. Und jedes Mal lautet die Botschaft an den jungen Mann, Rilke ist jetzt 23, 24 Jahre alt, du zählst dazu, du darfst an ihrem Tisch Platz nehmen. Und sie bestärkt Rilkes Interesse, seine Anteilnahme an den Neuerungen, die sich auf anderen Gebieten der Kunst, ganz besonders in der Malerei und in der Bildhauerei vollzogen. Für eine Zeit zieht er in die Künstlerkolonie Worbswede in der Nähe von Bremen, heiratet dort, kurz naturgemäß, die Bildhauerin Claire Westhoff. Die gemeinsame Tochter ist kaum geboren, da macht sich Rilke auf und davon nach Paris. In jene Stadt, in der ihn unter den Dichtern, besonders Rimbaud und Verlaine, unter den bildenden Künstlern, besonders Cézanne und Rodin, beschäftigen und anregen. Für kurze Zeit dient er sogar Rodin als Sekretär. Die ersten Jahre in Paris sind entbehrungsreich und literarisch fruchtbar erst im Rückblick. Rilkes einziger Roman, zu großen Teilen autobiografischen Aufzeichnungen des Malte-Lauritz-Brigge, ein Werk von gut 300 Seiten, schenkt und ein paar Bilder aus jener Zeit, verwoben mit Erinnerungen an die Kindheit. Ein Bildungsroman, wenn auch alles sprengend, was bislang unter diesem Titel subsumiert wurde. Wir sehen den jungen Dichter in der Großstadt, dem Moloch, Paris. Beschrieben in einer den Expressionismus vorwegnehmenden, wilddramatischen Sprache. Wir sehen ihn als kleinen Jungen, geborgen und unruhig in seinem Elternhaus. Hier erinnert uns der Erzählton, vertraut an die literarischen Melodien von Josef Roth oder selbst Echandor Marei. Und dann ist er schließlich der Gott oder die Liebe suchende Knabe, voll Angst wie jene mittelalterlichen Troubadoure, die Bireke schreibt, nichts mehr fürchten, als erhört zu sein. Das künstlerisch Neue, das sich in diesem Text und in den zeitgleich entstandenen neuen Gedichten zeigt, ist ein artistischer Blick, der versucht, gleichzeitig und gleichwertig den Gegenstand und den Betrachter einer Szene zu erfassen. Berühmtes Beispiel dafür ist das Gedicht der Panther. Das Sie, verehrte Damen und Herren, alle noch aus dem Deutschunterricht kennen. Wenigstens erinnern Sie sich noch an den Blick des Tieres, der vom Vorübergehen der Stäbe so trübe ist, dass er nichts mehr hält. Rilke spricht hier von seinen Ding-Gedichten, von, im wahren Wort sind von Kunststücken, in denen das Objekt und Beobachter ineinanderfallen. Das kann so poetisch anrührend geschehen wie im Panther. Das funktioniert aber auch in scheinbar schrecklich banalen Passagen, etwa einer Stelle in den Aufzeichnungen des Malte, Laurits Brigge, die ich Ihnen hier kurz vorlesen möchte. Es geht um die Beschreibung eines Hauses, das abgerissen wurde und von dem die letzte Mauer den Betrachter mit einem fast schon metaphysischen Ekel erfüllt. Neben den Zimmerwänden blieb die ganze Mauer entlang noch ein schmutzig-weißer Raum und durch diesen Kroch in unsäglich widerlichen, wurmweichen, gleichsam verdauenden Bewegungen die offene, rostfleckige Rinne der Abbochtröhre. Wurmweiche, gleichsam verdauende Bewegungen einer Abbochtröhre, nein, das will man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen und Herren. Doch es gibt ihnen einen kleinen Hinweis auf die ungeheure Virtuosität, die Rilke entfesseln konnte, wenn er Sprache zum Klingen, Bilder zum Leuchten brachte. Die Aufzeichnungen erschienen im Jahr 1910, erfestigten einen Ruf, der sich bald immer mehr lyrischen Arbeiten verdankte, ganz besonders den Döneser Elegien und den Sonetten an Orpheus. Doch bevor noch ein größeres allgemeines Publikum Anteil an seinen Werken nahm, waren die Wegbereiter der modernen Musik schon auf ihn, auf Rilke, aufmerksam geworden. Alban Berg, Arnold Schülmberg und Franz Schrecker zum Beispiel, die seine frühen Gedichte bald nach ihrem Erscheinen vertonten. Und auch für diese Komponisten war Rilke einer der ihren. Ich erwähne diesen Umstand auch deswegen, meine Damen und Herren, weil sich unser Rilke-Bild in Deutschland so oft gewendet hat. Viele haben sich auf ihn berufen, Schwarmgeister und Existenzialphilosophen, New Life-Aspiranten und Reimeschmiede. Es ist darüber ein Bild entstanden, das oft nur aus Pastelltönen zu bestehen scheint. Es zeigt uns den umhergetriebenen Dichter stets auf der Suche nach oder auf der Flucht vor amorösen Verstrickungen, den überempfindlichen, verzerrtelten, ja, sagen wir es in den Worten Rilkes, den zu oft und zu seinem Nachteil erhörten Troubadours. Und das Bild zeigt eben nicht den stets so immens hart Arbeitenden, der bis zu seinem schmerzhaften Tod 26 immer wieder von Krankheiten geplagt wurde, zeigt nicht den Wegbereiter der Kollegen. Prost, schrieb er einmal seinem Verleger, das ist ein neuer Name, der ist ganz besonders wichtig. Es zeigt auch nichts von den Schwierigkeiten eines Mannes, der sich oft seiner vielen Einfälle und Assoziationen nicht erwehren kann. Etwa, wenn er sich für einen Kaschmerschal begeistert. Und das im Lyrik. So während du sie siehst, die leicht hinausgespannte Mitte des Kaschmerschals, die aus dem Blumensaum sich schwarz erneut und klärt in ihres Rahmens kannte. Gewiss, meine Damen und Herren, der Schal als des Rahmens kannte. Aber ein großer Meister darf das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.